Moin! Moin! Cooler! Na, fit? Ich komme hoch. Ja, geht's auch. Ja, wir drehen hier heute ein Musikvideo mit Sawbound hier. Meine wunderschöne Location. Und hinter den schwarzen Vorhang dort ist dann nachher das die geheimnisvolle Superlocation. Die dürfen wir euch aber leider noch nicht zeigen. Beats and Beats and you're inside and let it take it all! Ich bin müde. Kannst mich direkt ablegen. Wir sind ziemlich erlaubt. Nicola! Ja bitte? Was machst du denn hier? Ich bin hauptsächlich dafür verantwortlich, den Sänger schön zu machen. Deswegen sieht sie auch so erschöpft aus. Und Sauf! Nein. Hier, nimm du. Trägen wir die Kamera auf. Mmmh. Ich hab nichts Spannendes zu erzählen. Doch. Nein! Diesen Bart würde ich sogar geben wie vor Blass erneiden. Wahrscheinlich. Weißt du, was mir gut gefällt? Was denn? Dass dein Bart wieder wächst. Ich könnte jetzt sagen, das war Absicht, aber ich bin aber nur zu faul. Soll ich das öfter mal faul sein? Ja. Ah, echt? Guck mal. Huch! Caro! Ja, Johnny? Was machst du hier eigentlich? Ich bin ein bisschen für alles verantwortlich und ein bisschen um die Jungs anzutreiben. Du kriegst gleich die Peitsche. Ich kann ja nichts dafür, wenn die die Hälfte vergessen und auch mal los müssen. Die Arbeit liegt gleich bei McDonalds. Denkst du, das ist heute deine Aufgabe zu filmen, Johnny? Machst du das auch sorgfältig? Schön. Hallo Floki. Natürliches Fleur-de-Sel. Du könntest mal online gehen und streamen. Scheiß gar nicht. Kannst du machen. Und was machst du hier? Hey, ich hab Essen mitgebracht. Wenn man den Bassisten die Aufgabe überlässt, für Skatering zu sorgen. Unser Bassist hat Bombeeren gepflückt. Ja. Den besuchen wir morgen im Krankenhaus. Hä? Ramirez, was machst du da? Schwer arbeiten. Nein. Das ist Juri, er ist der Ghostbuster hier. Krieg gleich eine Möhre vorne und dann läuft er. Ja. Kommst du bitte, Johnny. Warum tust du das?